Als dritten begrüßen wir für Deutschland, representing Germany, Nick Glössig! Ich habe nochmal die ganze Atmosphäre mitgenommen, die Fans haben mich unterstützt. Die Hans-Bottenschleihalle hat gebebt, es hat einfach mega Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier nochmal turnen durfte im Finale und ich bin einfach nur happy jetzt. Die Fans aus Halle für Deutschland und Stuttgart, Nick Glössig! Ich war schon mega happy, dass ich überhaupt das Finale erreicht habe. Das ist schon die größte Leistung, die ich jetzt hier herausholen konnte. Und deswegen, was da im Finale passierte, ganz ehrlich, es ärgert mich jetzt nicht so sehr. Ich habe eine gute Übung getan, ich bin zufrieden mit mir selbst. Das hat uns allen so einen Spaß gemacht. Ich bin so dankbar für alle und so stolz auf das Team. Wir haben die Olympia-Quali geschafft, im Mehrkampf-Finale von Andi, im Bachen-Finale morgen noch von Lukas. Viel Glück an der Stelle noch. Ich noch im Ringen-Finale. Also ich denke, das war schon eine ziemlich gute WM. Wir haben auch die Mädels natürlich starke Leistung. Wir haben auch die Musik. Wir haben dieopsie, die wir haben schon gehört. Wir haben die, die wir zusammen wirken. Wir haben die Musik. Musik